hallo und herzlich willkommen zu einem neuen let's play zu resident evil 4 dem remake ich bin gespannt ich habe schon resident evil 2 und 3 auf dem remake gezockt resident evil 0 habe ich gezockt und jetzt fange ich mal mit resident evil 4 an ich bin gespannt neues spiel ja standard mama assistiert scheiß drauf würde ich so oder so früher oder später wieder machen die 30. September 98 An jenem Tag starb der Polizist in mir. In der Nacht wurde Raccoon City ausgelöscht. Schuld waren Umbrella's Biowaffen. Ich hab's rausgeschafft, aber viele andere hatten kein Glück. Später bat man mich, einem geheimen Regierungsprogramm beizutreten. Ich hatte keine Wahl. Das Training, die Missionen brachten mich fast um. Aber sie brachten mich auf andere Gedanken. Wenn ich jene Nacht nur vergessen könnte. Den Schmerz. Nur für einen Moment. Diesmal kann ich was bewirken. Das muss ich. Dann erzähl mal. Was willst du an diesem Ort? So nah am Arsch der Welt. Sagen wir, ich such jemanden. Muss jemand ziemlich wistiger sein, ne? Die habe ich viel Kampf von ganz oben. Helft ihm, sagte er. Na, ihr fahrt ja kaum mit mir hier raus, um Marshmallows zu rösten. Oder doch? Passend seltsam mit Humor. Ich verrate dich was. Nur unter uns. Hier verschwinden immer wieder Leute. Das geht jetzt so eine ganze Weile so. Na dann. Sollte das doch Routine für euch sein. Hm. Erst letzte Woche gab es wieder eine Suchaktion. Ich kann sicher auf euch zählen. Ich glaube, hier ist das. Die Natur ruft. Bin gleich zurück. Ja. Da frio. Da hast du dir den bar enten? Ja. Augusto? Was für ein Tétrico ist. Das lässt sich ganz schon Zeit verlaufen. Vielleicht solltest du mal nach ihm sehen? Ich wagte hier, ich wolle ihn schließlich keinen Strafzettel, soviel zu helfen. Kapitel 1. Wie weit ist er denn gegangen? Kapitel 1. Kapitel 1. Kapitel 1. Kapitel 1. Jemand zu Hause? Anscheinend nicht. Das Urteil naht. Okay. Ich muss das Passwort finden. Das Feuer ist noch an. Ist ja auch ein Kamin, glaube ich. Sorry, dass ich so reinplatze. Ich bin so ein Kamin, der Schroef ist. Will ich hier leben? Uff! Das gefällt mir nicht. Boah, wie das riecht! Ok, ab zur Tür. Perfekt. 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 Hey! Ich höre Sie. Wie ist Ihr Status? Was ist hier los? Was war das? Nicht dein Ernst. Boah. Boah, das ist doch so ungewohnt. Das ist so ungewohnt. Hilfe! Das ist so ein Mario. Was zurzeit? Das ist doch so ein Tier. Wir schicken uns da! Ich bin Um 카메라. Das ist doch so ein Typ! Das ist doch ein Typ! einen schuss habe ich noch ich weiß nicht ob ich das lieber aufgespart hätte oder nicht werde ich sicherlich gleich merken okay hier komme ich schon mal nicht mehr raus okay alles gut alles gut ich finde schon einen anderen weg hier ist jetzt die tür auch offen grünes kraut perfekt nehme ich mir wieder das ist zum heilen gut okay weiter nach oben geht es schon mal nicht was ist hier ist konda von hannigan hier wie geht es voran die präsidenten tochter baby eagle sie könnte in diesem dorf sein wie wir vermutet hatten gutgemacht brauche die route zu einem see hier vielleicht ist sie dort verstanden ich setze mich sofort dran beeilig mit den leuten hier stimmt was nicht meine begleiter sind was los melde mich ich bin selbst draus Oh mein Gott, wie geil! Nice, sehr schön, sehr schön! Perfekt, wichtig! Stimmt, da kann man ja nur speichern. Jetzt habe ich wieder komplett vergessen. Hier ist die Karte, okay. Hier bin ich und wo ist das See? Jagdhütte. Hier ist glaube ich das See, oder? Genau, hier gehe ich rein, jetzt muss ich da entlang und dann so. Schießpulver kann ich immer gut gebrauchen. Okay. 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 So, wo geht's? So, wo ist er? So, wo ist er? Wie ist er? Oh, wow. Oh, wow. Koffer benutzen. Blendkanade nehme ich auch mal mit. Rodes, ja das ist auch so ähnlich wie was zum Heilen. Ich bin es auch nicht so gewohnt mit der Playstation 5 zu spielen. Okay. Okay. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Oh, scheiße. Das ist der Polizist. Ah! 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 Naja. Eine Wiene! Dann mal los. Hopp, kommt her. Hopp, hopp. Hopp, kommt her. Ich hab noch einen Disparsen, oder? Wow Das war's für heute. Das war's. AIM ist ultra schlecht. La campana. Hay que obedecerla. Él nos invoca. Tenemos que servir. A Lord Sadler Todopoderoso. 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 So, ich würde jetzt das mal sagen, das war's für die erste Folge. Was schönes dabei wart, wenn es euch gefällt, mein Deutsch ist immer schlechter hier, dann können die mir gerne ein Like geben, ein Abo, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Und natürlich auch etwas in die Kommentare schreiben. Man zieht sich. Ciao.